für den heutigen trick darfst du bitte mal irgendwo stopp sagen an dieser stelle dann legen wir diese karte hier auf den tisch und jetzt möchte ich dass du dir eine karte auswählt und das machst du in dem du bitte während ich das spiel so durch geht du noch mal irgendwo stopp sagt hier okay dann machen wir jetzt folgendes die karte die hier oben drauf liegt die ist deine karte in diesem fall die pik dame ja die pik dame hast du ausgewählt und meine vorhersage die du ausgewählt hast die war die kreuzdame ich hoffe das kann man gut erkennen aber was ich euch noch nicht erzählt habe wieso ich diesem trick auch den titel gegeben habe dass man mit diesem trick alle mädels finden können so und das war der kartentrick ich hoffe er hat dir gefallen bis zum nächsten mal dein magic eric ciao